Oh, ich höre ein Skelett. Nichts drin. Was steht da? Kanal 1 Radio! Intervention. Ach, Intervention. Oh, ich habe eine Sniper. Intervention ist ja eine Sniper. Okay, Desert Eagle Munition. Munition mit Doppel-L. Warte mal, kann man hier nicht irgendwo rausschließen mit der Intervention? Komm, lass uns weiter. Ja, na gut. Desertier. Einwurf. So, Schlüssel. Desertier. Nachrichten 72 Stunden nach dem Ausbruch. Ach so. Wo sind wir hier? Fernsehen. Der Nekro da ist auch gesehen. Nichts rausnehmen. Willi aber. Da sind Tränke drin. Nein, da will ich gar nicht sehen. Gold dran. Okay, Gott. Das will ich. Jetzt habe ich ja nicht mal ein normales Schild. Ich bin nur ein verkorkst. Ah, mach das doch nicht auf! Joke! Sehr viel größer als nochmal. Das ist ein Skelett. Ah! Ah! Ich bin schon tot! Ich bin bei mir schon tot. Das ist ein Zombie-Picman. Du bist ja aber noch. Du lebst noch. Komm her raus, mal die Tür zu. Das war doch keine Zombie-Picman. War bei mir schwarz. Ja, bei mir auch. Mann, die haben andere Texturen bestimmt. Komm jetzt einfach hier raus! Da war drin... Nein, nein, nein. Äh, was ist das? Ein goldenes Scherb... Äh, Schwert. Und ein... Scherb. Scherb. Und ein werfbarer Trank der Schnelligkeit. 40% Geschwindigkeit. Warte mal, ich muss noch irgendwas essen hier, damit ich hier voll... Da. Da gehen schon die ersten Wachen durch die Stadt. Wo? Hier. Ich schleich mich hier ran. Und werde ich ihn wegnetzeln. Junge, die gucken noch auf irgendwas. Psst. Da ist ja wer drin, in diesem Gebäude, glaube ich. Wo ist er hin? Er war doch hier eben reingegangen. Links stehen ganz viele. Ganz, ganz viele. Okay, okay. Ausbrennt. Komm, Sven. Wir müssen die an... Ah! Ja. Ne? Wir müssen sie angreifen. Komm her. Nimm, hol deine Lanze raus. Schieß mit meiner Dinger. Da kommt noch einer. Verpiss dich! Hier muss doch irgendwo eine Truhe geben, bestimmt. Hier ist irgendein Sofbewohner. Hm. Ob, komm, lass mal hier rein. Safe Zone. Um hier reinzukommen, brauchst du das Spinnenauge. Ah. Oh. Und du hast die goldene Karotte gegessen. Sauber! Ich hab ja gesagt, du bist doch der Größte. Da stand nichts von nicht essen. Ich hab ja gesagt, du Hunde. Hol dir mal schnell eine neue. Ja, musst aber hier noch besser ausschreiben, Junge. Ich hab nichts gesehen von nicht essen. Was machen wir jetzt? Einen Cheaten. Nein, das darf man nicht. Ja, vielleicht müssen wir da weiter. Ja, müssen wir hundertprozentig, aber... Lass uns nochmal zurückgehen. Warte, ich werfe da einfach mal eine normale. Hier geht's noch weiter. In dem waren wir locker noch nicht drin. In der Schule. Jetzt wirst du ja alles nichts. Du hast die scheiß Karotte gegessen. Hier liegen überall tote Menschen. Da ist er. Oh. Was ist das? Ich hab ein Heilmittel. Und Nadel von einer Spritze. Ich lese mal einfach, was hier steht. Hör zu. Ich hab das Heilmittel gemacht. Sie sind überall. Ich halt das nicht mehr aus. Danke. Danke. Ja. Man gibt's ja das Heilmittel essen. Es ist jemand nicht. Oh, da steht was dran. Wo steht denn da? Wo bist du denn? Du bist schon wieder da oben. Ich hasse dich. Oh, oh, oh. 10. November 2025. Die Setknochen. Ach, das ist eine Tafel. Lass mal pennen. Wir sind also... Love-Ecke. Ja, das ist gut. In der Klasse braucht man immer wieder. Wer kennt's nicht? Wer hat keine... Kein Bett. Warum ist es nicht hell? Weiß ne Fledermaus! Jetzt nicht mehr. Lass mal pennen. Warum ist es nicht hell? Wegen der Fledermaus. Weil Arli nicht nett war. Warum ist es nicht hell? Okay, lass mal rausgehen. Die Stadt der ewigen Dunkelheit. Warum ist es nicht hell? Lass mal zurückgehen. Wir haben hier locker irgendwas übersehen. Haus, wo man noch nicht... Ja, wir haben eine goldene Karotte im Bauch. Ach, deshalb bin ich so schwer. Warte mal, hier sind Knöpfe. Bist du da auch? Da darf man nicht. Achtung. Da ist ja drin. Panzerladung! Und ein goldener Apfel. Nicht raus. Das ist ja ein Panzer. Ja, wir haben hier einfach ein Panzer. Ich kann hier schießen, Sabler. Ja! Schieß mich ab! Nein! Was ist das? Schieß! Jetzt ist leer. Warte, ich hol hier Panzerladung. Warte, Sabler. Warte. Schieß ab! Schieß ab! Komm! Bisschen Zombie ab, Mann! Los! Ja, ja, ihr müsst ihr Panzer nachfüllen. Ja, das ist zu weit. Lock ihn zu dir. Lock ihn zum Panzer. Und geh in die Mitte. Nicht mich abschießen. Ja, und bleib da stehen jetzt. Ja, so. Stell dir doch nicht direkt da hin. Los, schieß ab, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Ah! Sven, wir werden drauf gehen. Ah! Ja, das hast du rumgeschossen. Warte. Das ist nichts mehr drin. Das ist alles leer. Sven, wir haben keine Munition mehr. Wir müssen hier raus. Der Panzer geht in drei Sekunden hoch. Okay. Drei, zwei, eins. Okay. Ja, das ist voll schlimm. Komm hier. Lund sie doch einmal um mit deinem Stachel. Drenn doch. Aua, ey. Okay. Was mache ich jetzt mit diesem Heilmittel? Das brauche ich bestimmt da drin. Vielleicht sollte ich das einfach mal essen. Weil man ja die Questgegenstände isst. Ey, ich habe einen goldenen Apfel. Das ist mir doch scheiße, Rumpe. Und einen Schlüssel und zwei Goldnarrads. Schlüssel, ich weiß, wo der hinkommt. Lass mal zum Schlüssel. Okay, geh mal vor. Hier kommt der Schlüssel. Schlüssel? Ah! Minizomi, Minizomi, Minizomi! Wo? Ach, der? Wo ist da Minizomi? Bist du behindert? Schlag dich doch nicht zu mir! Nein, das war Normaler zum Mäh. Nein, da ist noch Minizomi. Komm her, jetzt hier. Du, ich, Mann, Junge, komm doch einfach her. Ich bin noch da, Sam. Komm, jetzt mach den Schlüssel da rein. Hol denn auch da. Da, 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 da. Warte, was steht da Schlüssel für den Keller? Ja, ist der Keller. Und rein. Ich schenk dir die mal. Ich schenk dir die mal. Wir lassen das eigentlich gar nicht haben. Wir lassen das gar nicht haben. Ich nehme es einfach mit. Ach, ich will es. Zieh es nicht an. Lass uns die Karotte nochmal cheaten, bitte. Wir kommen ja eh nicht weiter. Dann machen wir jetzt ein kleines lustiges Video rein. In die ja auch nahe. Game Mode 2. Hast du eine goldene Kamerotte? War das Game Mode 2 oder Game Mode 0? Abenteuer-Modus ist das Game Mode 2. Okay, hab ich. Schlapp mich. Ach, egal. Hä. Wir müssen da jetzt rein. Warte mal, vielleicht gucken wir uns hier noch einmal. Hinter der Schule. Nee, da war ich schon. Da ist nichts. Ja, da warst du schon, ne? Na, ich... Da hat schon wieder eine Kiste, ne? Ja, was machen die denn hier? Ja, komm hier. Kurz ein Prozess. Mit meinem Armeemesser. Du hast ja noch ein Dach, ich habe das Spinner. Warte mal, warte mal. Hier ist eine... Das Aussage, wenn man nicht ist. Hm, schade. Safe Zone. Guck dir die Militärsachen hier an. Guck dir diesen Helikopter an. Ist der nicht hammergeil? Mach erst Mission 1. Ja, direkt vor dir ist ein Helikopter. Mission 2, mach erst Mission 1. Hä? Was für Mission 1? Ah.